Mein Name ist John Albrecht, WallStreet English. Ich bin als Corporate Sales Manager der Ansprechpartner für Unternehmen. Meine Aufgabe ist es, Unternehmen in der Bedarfsanalyse zu unterstützen und geeignete Trainingsmethoden für alle notwendigen Bedarfsbereiche zu erstellen. WallStreet English ist der führende Anbieter von globalen verfügbaren Englishtrainings mit individuellen Inhalten. Sie haben die Möglichkeit bei uns auch ganz spezielle maßgeschneiderte Trainings zu erhalten, indem wir Inhalte aus dem täglichen Arbeitsumfeld in das Training implementieren können. Vom Rollenspiel, Präsenztraining bis zu Online-Lösungen, die global verfügbar sind, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, können wir Ihnen alles anbieten.